What's up, Leute? Hier ist euer Nico vom Tactical Force Clan und ihr seht jetzt zwar gerade wahrscheinlich im Hintergrund ein Titanfall-Video, einen kurzen Ausschnitt oder so, aber das hier, ich will euch nur kurz vor dem, also im Titel steht ja FIFA Pack Opening und ich will euch nur kurz davor ein paar Sachen mitteilen, weil im Video habe ich es vielleicht mal kurz erwähnt, aber es kommt nicht so rüber, wie ich es mir vorgestellt hatte, also es ist da, das Video ist gestern Abend entstanden, um, weiß ich, halb eins oder so und deswegen da mussten wir auch leise sein, ich wohne auch bei meinen Eltern, da ich noch zur Schule gehe und da mussten wir halt auch bestimmt, also eine bestimmte Lautstärke nur einhalten, dass meine Eltern nicht aufwachen und außerdem ist mein Mikrofon, also die Aufnahmequalität ist nicht ganz so gut, weil ich mein Mikrofon nur am Hals hängen hatte, dass wir alle drei am besten gehört werden oder halt am, oder gleich weit vom Mikrofon entfernt sind, deshalb hört, also ist die Mikrofonqualität nicht besonders, oder nicht dermaßen gut. Entschuldigt das bitte und wenn ihr euch das Video anschaut, ja, tut mir leid dafür. Dann, was ich noch sagen wollte, was in dem Video nicht so rüberkam, aber das habe ich einmal gesagt, ist, dass ich jetzt meine neue Grafikkarte habe, nicht die von MSI, die gewünschte 770 Ti von MSI übertaktet, sondern dieselbe, aber dafür von Jetstream übertaktet, oder von, ja, von Jetstream heißt Palette dann, ähm, ja, die ist eigentlich, die kommt an die MSI ran, ist zwar nicht ganz so gut, aber ich hatte jetzt keine Lust noch, irgendwie zwei Jahre oder so auf meine Grafik hatte zu warten, weil da kann ich mir gleich eine andere holen. So, ähm, deshalb heißt dieses, ähm, mein PC platt machen. Ähm, alles, für die, die wissen, was platt machen heißt, ich weiß nicht, ob es umgangssprache oder ob man es übersagt, auf jeden Fall alles löschen, Betriebssystem löschen, alles neu drauf machen. So, deshalb habe ich mein komplettes Betriebssystem gelöscht, alles weg, ähm, und durfte jetzt alles neu drauf machen. Ähm, Problem war nur, ich hatte jetzt, äh, also gestern hat es noch gereicht zum Aufnehmen, zum allen, habe ich gedacht, ja, klappt alles, alles gut. Jetzt ist das Problem, ich hatte gestern dann eine Windows 8 Ultimate Edition von meinem Vater, ähm, die war leider aber eine Server Edition, das heißt, die benutzen die Windows Edition, also diese Edition, die ich habe, oder hatte, ähm, benutzen die auf Servern, zum Beispiel, weiß ich, Origin benutze die oder so, eine Windows 7 Ultimate Server Edition und dafür konnte ich keine Virenprogramme installieren oder nur bestimmte und auch keine, ähm, ähm, also auch keine bestimmte Programme konnte ich einfach nicht installieren. Ähm, und durfte jetzt heute also nochmal, ähm, Windows neu installieren. Diesmal habe ich Professional selber von mir aus und deshalb müsst ihr, also was ich mit dem Ganzen sagen will, ist, deshalb müsst ihr mir noch verzeihen, wenn in diesem Video jetzt noch, ähm, ähm, nicht alles so ist, wie es sein soll, zum Beispiel, ich habe Bilder eingefügt oder Sounds und die sind noch nicht ganz so, also zum Beispiel die Bilder sind nicht mit Photoshop noch schön bearbeitet oder so von mir, sind einfach nur kurz eingefügt, ähm, weil ich, ähm, ja, noch nicht Photoshop auf dem PC habe und noch nicht gekauft habe. Des Weiteren, ähm, so, die Vegas habe ich zum Glück schon, deswegen werde ich gleich mal, also rendere ich schon im Hintergrund ein Video. Ähm, äh, ich habe, oder ich habe vor, dass die Videos alle in 15 Minuten lang sind, deswegen wird diese Aufnahme wahrscheinlich 5 Minuten plus 10 Minuten FIFA-Pack-Opening. Ähm, ja, soweit so gut. Ich habe jetzt noch ein paar Titanfall-Gameplays erspielt, also das ist meine Grafika, ich lege direkt los, ich habe jetzt ein paar Sachen erspielt. Ähm, ja, das wäre es dann soweit von mir. Was ich noch sagen könnte, ist meine, ähm, PC-Referenzen, äh, es sind, also meine, meine, ich habe jetzt eine neue, das weiß ich jetzt neu habe, ich habe jetzt eine neue SSD, ich habe jetzt, äh, so, wo ich meine System drauf habe, deswegen läuft es schon mal besser, habe die neue Grafikkarte, die, ja, die, keine Ahnung, die kann ich euch unten mal in die Beschreibung reinschmeißen. Ähm, hab die, hab, hab, also bekommen bald noch mehr Arbeitsspeicher, mehr RAM. Ähm, ja, und soweit zu gut, und deswegen, in Zukunft werden jetzt mehr Titanfall, FIFA und, ähm, Battlefield speziell die drei kommen und vielleicht noch etwas anderes, wenn ich da noch Bock drauf habe. So, also, äh, viel Spaß beim Video anschauen und macht's gut! Servus, Leute! Hier ist der Neger, Patrick, und wir zwei Weißen, Dennis und ich. Hallo, Dennis! Hallo, Nico! Wie fühlt man sich an so einem Tag? Gut! Okay, und weißt du, was heute ansteht? Nein! Ein Pack Opening! Oh, was? 580.000 Coins! Willst du auch was sagen, Neger? Eigentlich nicht. Okay. Darf man sowas sagen im Fernsehen? Wollen wir gleich mal die 25.000 Packs aufmachen? Guck mal, die schwarz, die zeichen. Er findet das scheiß Pack. Das ist alles so ein gutes Zeichen, wie die schwarz. Nosepack! Machen wir Nosepack! Vielleicht sind wir ja für Liayni. Sprinklapp, wie überspringt. Guck, Alex. Alex und noch Remy. Remy. Remy und Alex. Ey, sie wollen die auch nicht tun können. Sind die irgendwie teuer, wertvoll? Na, Remy. So, Remy. Wie viel ist der? 1-2.000. Hatte mich auch 4 Sterne fixen? Doch. Ja, und der wurde abgekordert. So denn, ey, da habt ihr's. Okay, das heißt, auf die Transferlichtstellen, und die beiden, die kann ich sofort verkaufen, oder? Ja. Sehr gut. Dann ist schon der erste Pack weg. Nichts. Das ist schon gut. Super. Wenn du jetzt Messi ziehst, ich fass raus. Ich überspring jetzt nicht. Paddy, pass auf. Pass doch auf, du Wichser. Ich zieh grad Messi in, äh, in, hier, schwarz. Du hättest überspringen, gell. Das ist Pisscheck, aber Amero ist der. Amero, der ist linksverteidiger, von dem ich dir erzählt habe, was linksverteidiger ist. Ja, ich dachte nicht. Alter, du hast das beste Wappen, ever. Iiiiiiiiih! Iiiiiiiiih! Oh, ich glaube die geilste Arena, einfach. Das ist eine Scheißer-Finger. Nee. Doch. Stimmt, sag, ich hab PSG. Ist der was wert? Ja, ich weiß nicht. Jetzt macht sich Preisbegleicht bei jedem Scheißspieler. Nein, nein, bei dem. Uuuuh. Die sonst werdet. Ich hab meine Mann, ich hab meine Mann, ich hab meine Mann. Hey, pass auf, sonst kommt GEMA-Richte. Ich weiß nicht, wenn du hier singst, ob das dann alles so illegal ist. Ich sing ja so originalgezogen. Nee, du singst einfach so wunderschön. Bitches lieben. Angela Merkel mit Knarre. Sof, fuck alter Beste. Okay, sorry. Diego Lopez. Nichts wert, aber. Hurenfranc. Hurenfranc. Nein, so heißt Spanio. Richtig, ja. Der wird Mäusch. Was? Tres-Tres-Tres-Tres-Tres. Der gehört mit dem Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres-Tres! Du, 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 du bist ein Arsch. Richtig, was wert? Die beiden sind wahrscheinlich zehn, tausend, oder genau. Ich hab null Ahnung von Werten in dem Spiel. Was hast du? Nicht von Preisen. Nee, der Wert ist im Markt. Uuuuhu. Uuuuh, Fadi, gib ihm. Ich muss schon noch. Nein, okay. Guck, Pande von dem. Pande von Dempsey. Julio Cesar. Wo ist der? Torontor. Was, Julio Cesar? Torontor. Diesen sind alle nichts wert, habe ich zugefühlen. Nee, alles schluss. Guck mal, schossen, hunderttausend, nee, hunderttausend, ne, hunderttausend, jetzt sind hunderttausend, hunderttausend weg. Also, fasst euch an. Jetzt kommt's. Merci. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alex Mayer. Warum hast du das alles falsch? Nämlich? Ja. Was mach ich falsch? Dann war ich wieder ab genug, weil ich erst gewechselt. Fünf zu los. Ja, das weiß ich nicht. Fünf zu los. War aber bei Bremen. Hm. Bremen, scheiße. Bremen, wie hat Bremen jetzt das Spiel? 3-0 gehen? Nee, die haben 3-1. Ja, das war ein Bronzer-Self-Kauf. Ja, die sind geil. Ja, die sind geil. Sorry, Turt. Ich muss springen. Okay, ich muss springen. Es dauert echt immer ewig, wenn du das... Ach, warte, die Silverspieler. Ab der Laue. Ja, warte. Nein. Was hat der 78? Kriegst du auch in der Stuttgart-Spieler, aber... Was hat der 78? Weil er scheiße ist. Gut, ey. Oh, gut für den. Ey, guck mal. Aber dieser Ramon, der hat vorher geklappt. Oha, ich dachte, der wäre ins Gesicht geschissen, alter. Da hat er jedenfalls zu sein. Doch, da ist was wert, hat einer ins Team. Oh, es gibt nur einer auf dem Markt. Der könnte einen Preiswix machen. Mit Angst. Preiswix. Ja, Preiswix. Wir wixen einfach auf den drauf. Genau, aber den Preis, damit der schön, flüssig ist. In keinem Sinn. Nein. Ein gar nächstes Pack und... Who we gonna get? We get the fool. Sertich ist gerade... Was weiß ich, was du sagst? Jawoll, Alter. Woll. Und Finisher. Hey, Woll könnte ich gebrochen für... einen Czech. Petr. Petr und Czech. Ach. Soll ich Finisher im Wall gehalten und verkaufen? Ja, einfach. Weißt du was? Ich mach einfach in Zukunft alle zu meinem Verein hinzufügen. Ich mach durch die Sofortverkauf eh nicht viel gewinnen, oder? Und die? Ja, das kommt ja doch. Das kommt ja doch. 15.000 oder so. Sofortverkauf. Und? Und? Who we gonna get? Granero. Ja. Du bist so geil. Ich mach das. Ich hab so drauf, ey. Mach schon Party. Party willst du eins ziehen? Freilich. Ah, Freilich. Okay, pass auf. Weißt du wie das geht? Das ist A? Das ist... Ich muss X drücken, Mama. Das ist ganz normal, nur halt andere Buchstaben. Dennis, ich hab's schon verstanden. Die selbe Verlegung. Ne, jetzt A. A. Also was sag ich? Du bringst mir schon wieder so Glück. Ist dir was wert? Weil der hat eigentlich sogar paar Sterns Geld. Hamburger SV. Was ist der wert? Nichts. 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 Ja, ohne Witz hab ich auch wieder. Dennis, du. Fällt's doch nicht, dass er kriegt. Nein, eigentlich darfst du's nicht. Ich spinne. Aber guck mal, das war schon besser als du. Ja. Mach mal los, weg. Ich bin ja gut. Gott, mein Lack. War du. Der bespricht nicht. Boah, ey. Ey. Der Töal, der geht verübel ab, weil er so schön ist. Ungedank. Traurig. Jawohl. Den Traurig von Everton, den keiner hat. Brennen. Nein. Fick dich, Dennis. Smack er. Ich hab zuverein. Nürnberg-Trikus. Smack er. Nächstes grenzt unser Wappen und nicht dein Chess Bremen-Ding. So'n unklemm. Was soll das im VfB glänzen, ja? Doch, verlängerlich. Jetzt. Nicht abbrechen, weil jetzt so ziemlich. Pass auf, pass auf. Das wird dich mehr zählen. Danach mach ich Noseback. So will ey. Inform. 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 Ich zieh doch nur VfB. Stuttgart. Gentner. Maschine. Warum zieh nur VfB-Spieler? Ja, weil du solltest was sagen. Ja, du warst nicht VfB-Scheiße. Das war nicht einfach. Ja, weil du sagst, dass du VfB-Spieler hast. Ja, bei irgendeinem Herz. Jetzt pass auf, Losbeck. Du hast ja lieber den Wusch da. Den Code eingeben. Los, du. Ja, willst du mich verarschen, du sagst völlig dumme. Hey, ähm. Das ist bloß bei dir. Das wäre echt nicht böse. Guck mal. Wie dumm der ist. Jawoll. Jetzt noch mit Dingo springen. Ich hätte Trauré. Ich hätte gehen. Tarratt. Das ist doch nichts wert. Ich habe auch nicht. Isla. Ohhhh. Das ist doch nicht wert. Das ist doch nicht wert. Weil der Scheiße ist. Also ist wirklich der Cut. Ja, der weiß das jetzt. Aber der hat 1.55. Also hier hat 1.55. Also hier hat 1.55. Nicht. Lester will mal abwechseln. Ja, jetzt einen Moment noch. Das mache ich noch. Das ist ein normales Pack. Aber springen. Who are we gonna get? Messi! Der Rechts ist da. Der hatte 2 mal. Ja, ich habe Duplikat. Ich habe Messi schon. Oh, der hat ja geil. Ivancic. Wir halten Verträge nur. Recht. Restverkauf. Den Verträgen. War den Verträge. Bist du am Sackdrück? Einfach 4. Also x. X. Ah, x. Ja, Junge. Hey, ich schwör dich. Ich hab so lange kein Unze gezielt. Du hast keine Unze. Du hast keine Unze. Achso, das war ich nicht. Ja, Dennis legt den Controller weg. Ich hole da weg. Leg dir doch den Controller weg. Leg dir doch den Controller weg. Also guck. Ja, ich guck. Ich guck jetzt. Okay. Aha. Hey, du machst das. Was passiert? Hey. Ich fühle mich über Sprecher. Das ist nicht besonders. Ja, das ist packed. Das ist einfach. Guck. Das ist einfach. Brtan, ey. Wie viele Spieler. Oh, wow. Oh, wie viel Kohle krieg ich dafür. What? What? Hey, kennst du... Alter, ich blende das nachher ein. Kennst du das eine Bild mit der 60 Watt oder so? Ja, das ist ja. So geil. Der ist auch nicht zu. Da ist was, ne? Der ist bestimmt 2.000. Wow, wow, hey. 2.000. 2.000. Wow. Ich hab 408. Ich hab schon wieder das beste gekriegt. Jetzt Puzzle über sich ziehen. Warte, du musst aber... Warte, du sprichst du schon? Hey. Du musst gar nichts mehr. Hey. Ich versuch gerade den... Robert Huth. Den Puzzle... Was hat er vorhin gesagt? Robert Huth hat versucht. Den Heißko von der Drecksackblase. Ah, ja. Was hat der vorhin gesagt? Irgendwas mit Huth, was du angeschaut hast. Huth. Huth. Huth, das ist doch ein Pokémon. Oh, oh. Pass auf. Pass auf. Who are we gonna get? End we get... Ssssssss. I'm a magic. And we get... Edder. Edder. Aber er ist nicht wert, gell? Mika behalte ihn, behalte ihn. Vertrau einfach mir. Ich mach mir jetzt, das ist... Portugiesische Mannschaft. Du spielst du gut, denn hab gar keinen Wert am Brück. Behalte ihn. Aber ich mach keine Portugiesische Mannschaft. Du kannst nicht immer gebrauchen. Du kannst einfach nur 5'er. Du kannst einfach nur 5'er. Du musst doch treiben. Du musst doch treiben, ey. Kann ich, du möchtest du dich hinterst? Das gibt Glück. Das gibt Glück. Das gibt Glück. Das gibt Glück. Und der größte Letzte ist jetzt.